Das war ich, bevor ich 14 Pfund in nur 6 Wochen abgenommen habe. Mit den köstlichen Slimfast Fertigtrinks, herrliche Schokolade, fruchtige Erdbeere, cremige Vanille und delikater Kaffee au lait. Jeder Trink ist Kalorien- und Fettamt mit allem, was gesund ist. Mhh, toll. Dreimal täglich Slimfast und abends ein warmes Essen. Fantastisch, nicht? Abnehmen ist jetzt so leicht. Das schaffen Sie doch auch. Slimfast. In einer Woche verlieren Sie die Pumpe.